Hey Leute, ich bin's wieder, euer MacPavregg. Ja, heute möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr hier verdreckte Silikonfugen wieder sauber bekommt und wie ihr auch diesen Schimmel hier raus entfernen könnt. Ja, und zwar machen wir uns unser Reinigungsmittel zum Fugen sauber machen selbst. Wir nehmen einmal Backpulver, denn das Backpulver wird richtig schön den Schmutz aus der Fuge lösen und Essig ist ja gegen den Schimmel und beides zusammen ergibt ein wirklich super Reinigungsmittel. Als erstes geben wir den Inhalt einer Tüte in das Gefäß. Ja, und dann kommt etwas Essig, so ungefähr ein Schnapsglas als Menge dazu. Das Ganze wird dann gut verrührt. Und fertig ist unser Reinigungsmittel. Ja, und dann nehmt ihr einfach eine Zahnbürste mit eurem selbst gemixten Reinigungsmittel und würstet damit schön die Fugen ab. Ihr seht schon gut, wie sich das Ganze hier löst. Es geht auch sehr einfach, denn diese Mischung hat eine sehr, ja, lösende Wirkung. Ja, und auch die normalen Steinfugen bekommt ihr damit sauber. Denn die nehmt ihr einfach noch ein Tuch, duscht das Eimer kurz ab. Ja, und wie ihr seht, ist die Silikonfuge wieder richtig schön sauber geworden. Ich werde mich jetzt an die Arbeit machen und auch die Steinfugen hier sauber machen. Ihr habt ja hier an den Stellen gesehen, dass das genauso geht. Ich habe dazu auch mein Video gemacht, das habe ich euch auch unten verlinkt. Und ja, ich hoffe, dieser kleine Tipp hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr mich kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis zum nächsten Mal. Euer Mac Paverick